Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir mal wieder 4 bis 5 Tower Stages und wir fangen natürlich mit der 11. an. Falls ihr bis zur 10. gucken wollt, wie das alles funktioniert, schaut euch meine letzten Videos an. Ich habe auch eine Playlist gemacht mit den ganzen Tower Tutorials. Schaut euch da mal gerne durch. Also, das Team für den 11. Stock ist auf jeden Fall das hier. Und ja, das ist leicht, basically das gleiche Team, was wir immer mal benutzen, nur ohne Green Alpha, sondern jetzt mit Blue Margaret. Nämlich, wenn ihr einen guten Lifestyle habt, dann könnt ihr das auch so machen, mit Lifestyle und sowas. Aber, wir haben keinen guten Lifestyle, aber wir haben Purgatory Melee und wir haben Metrona. Denn wir tun das komplett Brutforcen. Brutforcen heißt einfach nur, dass wir auf das Gimmick scheißen und komplett den Kollegen hier Damage buffen und komplett reingieten. Let's go! Natürlich wäre es nice noch, zwei Rank-Ups von Anfang an zu bekommen, aber das braucht ihr nicht unbedingt. Das kann man immer nehmen. Ihr geht sowieso second, deswegen juckt es nicht, was ihr jetzt im ersten Turn macht. Und ihr müsst halt einfach nur gucken, dass eure Margaret den ersten und den zweiten Turn überlebt. Wenn ihr das schafft, dass ihr den ersten und den zweiten Turn überlebt, dann ist sehr gut. Dann ist sehr gut. Dann ist richtig gut. Genau, ja, macht Damage, alles gut. Das passt, genau so. Ja, genau, passt. Genauso viel Damage sollt ihr tanken und im zweiten Turn genauso viel gleich. Genau, das passt. Und jetzt macht ihr einfach diesen Rank-Up hier. Und ihr könnt jetzt pokern. Ihr könnt jetzt pokern. Ich poker zwar gerne, aber wir können es mal safety first so machen. Ihr könnt erst einen zweiten Turn buffen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon buffen. Aber es kann halt sein, dass ihr attack-sit werdet. Wenn ihr attack-sit werdet, könnt ihr halt nicht Dinger klinken. Deswegen müsst ihr halt immer so abwägen. Ich glaube tatsächlich, belastet es mal so. Belastet es mal so. Und Poker, dass Margarete überlebt. Erstmal natürlich Meliolos Rank-Up, weil wir wollen starke Attacken für ihn haben. Und jetzt noch, genau, das wäre sehr nice. Und jetzt hoffen wir einfach, dass Margarete überlebt. Gut, sehr geil, dass du ihn attackierst. Sehr nice. Jetzt hat er ihn angekündigt, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Margarete überlebt, ist sehr geil, weil dann können wir cleansen jetzt. Überlebt, Margarete. Nice, nice, nice. Nice, sehr geil, sehr geil. Sehr wichtig und richtig. Margarete hat überlebt. Und jetzt seht ihr, wir sind zu attack-sit, aber es juckt uns relativ wenig. Wir haben Waren, Magie und unseren eigenen Buff. 40.000. Let's go. Erstmal cleansen. Dann so. Und wir könnten jetzt Single-Target machen, tatsächlich. Aber ich mache, glaube ich, eine Aue. Einfach Safety-First. Einfach Safety-First. Falls ihr zwei Dinger tutt und dem anderen nicht sterben. Falls ihr zwei tutt und dem anderen nicht sterben. Guck, habe ich gut gemacht, das Aue gemacht. Okay, tatsächlich ist die trotzdem gestorben. Tötet die Aue. Uh, uh, ja, komm. Nice. Nice. Let's go. Ganz einfach habt ihr gesehen. Einfach nur ein bisschen chillen, Margarete überleben lassen und dann buffen. Weil ihr texelt werdet. Let's go zur zweiten, äh, zur zwölften Stage. Im zwölften Stock brauchen wir einfach nur eine starke Taunt unit. Wenn ihr hier Queen Diana nicht habt, weil es eine Festival ist, ist ein alter Festival. Aber falls ihr sie jetzt wirklich nicht habt, falls ihr jetzt erst angefangen habt und sie noch nicht habt, dann könnt ihr auch den Excalibur Afer nehmen. Das ist so eine Free-to-Play Variante und sowas. Kann man benutzen, kann man benutzen. Ähm, oder wenn ihr natürlich den neuen Afer schon habt, er ist auch in Ordnung, aber nicht so stark natürlich wie jetzt Diana, hier den, den Afer. Wenn ihr den auch schon habt, könnt ihr den auch benutzen. Aber natürlich, hier Queen Diana am besten, aber nicht mit Afer Link tatsächlich, das habe ich gerade übersehen, äh, sondern mit Red Tamal Link. Da kann ich das hier nochmal erwähnen, sehr gut, da kann ich das hier nochmal erwähnen. Mit Red Tamal Link. Das ist sehr wichtig, dass ihr da Red Tamal Link habt, sonst funktioniert das nicht so richtig. Und ich würde sagen, noch nicht beginnen, nämlich, da habe ich noch eine Sache vergessen, mir nimmt noch HP Food mit. HP Food, sehr wichtig, ihr nehmt noch HP Food mit und let's go. Das Gimmick an dieser Stage hier halt einfach. Wir müssen ein bisschen stallen, ein bisschen stallen. Denn, hier zeige ich euch gleich, denn wir bekommen Ignites, wenn wir nicht angreifen. Wir bekommen Ignites, wenn wir nicht angreifen. So, jetzt hier nochmal, wir haben zwei, äh, Dinger. Wir haben zwei Rank Ups, können wir einfach direkt auf Meliodas machen, Meliodas machen, haben wir direkt auf ihn drauf was. Und ihr tornt dann einfach nur, und ihr tornt dann einfach nur auf ganz entspannt. Sehr wichtig, dass ihr einfach chillt jetzt erstmal, dass ihr die ganze Zeit nicht zu viel Faxen macht. Und wir bekommen jetzt die, äh, Dinger, die Burns drauf, die Ignites. Und je mehr Ignites wir haben, also je mehr Turnts wir nichts machen mit dem Charakter, desto mehr Schaden wird er machen. Desto mehr Schaden wird er machen. Und das ist halt schon geil. Schon sehr geil. Schon sehr geil. Deswegen machen wir gleich hier, das gleiche nochmal. Wir machen einfach so. Äh, wir gucken mal schon mal, wie viel Damage wir jetzt machen könnten. Ah, wir haben schon sehr guten, wir haben schon sehr guten. Gehen wir mal hier, machen wir mal das. Und machen wir das. Und bekommen wir auf Meliodas wieder Ignites, auf ganz entspannt. Bekommen wir auf Meliodas wieder Ignites. Genau, sehr geil. Und jetzt haben wir wieder einen krassen Buff, jetzt haben wir wieder einen krassen Buff. Und wir haben sogar einen Level 3 Taunt. Das ist sehr nice, das ist sehr nice. Aber ich glaube, ich gucke sogar tatsächlich, ob ich jetzt schon killen kann. Weil mein Meliodas sollte jetzt 40k Attack haben. 40k Attack mit wahrer Magie, 41k vielleicht. Ungefähr so sollte es sein, so sollte es sein. Und wundert euch nicht, wenn wir meistens Second gehen, dann cutte ich das. Also ihr habt ja vorhin gesehen, wir sind Second gegangen, ich habe es wahrscheinlich gecuttet. Vielleicht habe ich es auch nicht gecuttet, wer weiß. Ähm, aber ja. 39k, alles klar, okay, passt. Jetzt machen wir einfach diesen hier. Machen, äh, wobei, ich würde sagen, wir machen einfach diesen hier. Machen diesen hier und machen diesen hier. Und gucken, dass es tötet. Und gucken, dass es tötet. Wir haben 40k Attack, äh, 40k, 40k Attack, sollte es schon guten Damage machen. Ja, ja, sehr guten Damage, sehr guten Damage. Zwei Side-Units sind tot und jetzt die Single-Target von Meliodas sollte auch noch töten. Also wenn ihr von Anfang an ein Level 3 Karten bekommt von Meliodas, hat ein Revives, weiß ich gar nicht. Nee. Also zwei der Dinger Rank-Ups hat ein Dinger Gopher, dann ist er noch am einfachsten. Ihr habt gesehen, wie das Gimmick funktioniert. Einfach ein bisschen stallen, ein bisschen taunten, überleben und Damage rausfahren mit Meliodas. Das Team für den 13. Stock sieht relativ witzig aus, denn wir haben einfach Nanashi hier dabei. Er muss auch nicht Level 90 und Full Super Wagon sein, aber ich mag Nanashi auch einer meiner Lieblings-Back-Units. Vor allem jetzt mit seinem Holy Relic, ist crazy. Und deswegen habe ich ihn so und vielleicht habt ihr ihn auch schon so gelevelt. Ihr könnt hier noch Monster-Spiel spielen, weil wir brauchen diese Kartenart. Ich zeige es euch kurz. Delete. Aber leider hat seine Level 1 kein Delete. Erst Level 2 hat Delete. Und wenn ihr eine Delete-Karte macht, dann bekommt ihr einen krassen Buff. Und je mehr Delete-Karten ihr macht, desto mehr stärker wird ihr. Und dieser Buff nach einer Delete-Karte seid ihr schon so krass stark, Digga. Das ist crazy. Das ist crazy. Und leider, eigentlich würde ich da Monspeed spielen in dieser Stage. Green Monspeed. Aber ich habe den einfach nicht, Digga. Ich habe den einfach nicht. Ich zeige es euch kurz. Einfach für die Meme, Digga. Ich spiele seit 4 Jahren Sam the Sins Grand Cross, seitdem das Game rauskommt. Legit. First Day. Okay, seitdem das Game rauskommt, spiele ich das Game. Und ich habe Green Monspeed noch immer nicht. Ich habe Green Monspeed noch immer nicht. Und auch als ich die Tower Stages gemacht habe, habe ich es auch mit Nanashi gemacht. Und auch mit einem unterlevelten Nanashi. Deswegen schaffen wir es mit diesem Nanashi. Garantiert. Garantiert. Das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch. Und halt, wie gesagt, Gimmick ist einfach hier. Ihr braucht diese Dinger. Die Lead-Karte. Und ich habe einfach mal hier Diana mitgenommen. Einfach zum Tornten, dass er nicht stirbt davon. Und ja, wie gesagt. Einfach gucken, dass Nanashi nicht stirbt. Und er sollte nicht sterben. Der Gegner geht zwar first. Aber ich zeige es euch kurz. Er sollte aber trotzdem nicht sterben. Er sollte trotzdem nicht sterben. Ultimates bekommen wir so oder so nicht. Und halt durch den Rank-Up können wir dann die Delete-Karte machen. Hätte er natürlich. Hätte er natürlich auf Level 1 die Delete-Karte. Boah. Nanashi wäre dann schon so viel besser hier. Aber ja. Wenn ihr natürlich Green Monspeed habt. Wenn ihr Green Monspeed habt. Auch auf Level 70 ohne Super Wank. Level 70 oder Level 80 ohne Super Wank. Nimmt Green Monspeed lieber. Oder nehmt beide gleichzeitig mit. Anstatt sie an. Nehmt beide gleichzeitig mit. Dann habt ihr da auch weniger Stress. Das wollte ich euch nur noch mal mitteilen. Wir machen einfach jetzt mal hier einen Taunt würde ich sagen. Genau. Einen Taunt. Einfach nicht dass hier irgendwie mehr auf Nanashi gleich geht. Aber wobei. Jetzt nach diesem Buff mit Nanashi. Soll Nanashi gar nichts mehr passieren. Das könnte ich euch auch gleich zeigen. Seine Stats. Sobald wir in der nächsten Runde sind. Er hat jetzt die Delete-Karte gemacht. Er hat die Delete-Karte gemacht. Und hat jetzt schon Unmengen an Stats bekommen. Hat jetzt schon Unmengen an Stats bekommen. Und die zeige ich euch gleich. Jetzt wäre es nice gewesen. Dann hätten wir noch mal eine Delete-Karte bekommen. Hätten wir jetzt noch mal eine Delete-Karte bekommen. Der hätte es natürlich gestackt. Leider haben wir nicht noch mal eine Delete-Karte bekommen. Kann man natürlich nichts machen. Ich spare mir aber tatsächlich den Rank-Up auf. Falls wir noch mal eine Delete-Karte bekommen sollten. Falls wir noch mal eine Delete-Karte bekommen sollten. Ich zeige es euch jetzt. Schau dir deine Stats an. 85.000. Hier erstmal ups. 85.000 Damage. 60.000 Verteidigung. 1,2 Millionen HP. Da kann gar nichts mehr passieren, Jungs. Da kann gar nichts mehr passieren. Einige, was noch passieren kann, ist, dass wir jetzt komplett versemmeln. Hier, das machen wir noch. Und das machen wir noch. Dass wir einfach Platz bekommen. Auch wenn wir schon einen Traunt haben. Auch wenn wir schon einen Traunt haben. Es kann auch gut möglich sein, dass jetzt Diane oder Gofer stirbt. Aber sobald ihr einmal die Delete-Karte rausbekommen habt. Dann könnt ihr das auch mit Nanashi oder mit, äh, Dinger. Monspeed so lohnen. Ihr könnt es mit Nanashi oder Monspeed danach schon so lohnen. Jetzt, Diane kann sterben. Gofer kann sterben. Aber sobald ihr, wie gesagt, einmal diesen Buff habt mit Nanashi. Auch wenn ihr den danach nicht mehr bekommt. So wie ich leider wieder nicht bekomme. Aber auch wenn ihr den danach nicht mehr bekommt und nicht sterben. Könnt ihr das mit dem jeweiligen Charakter einfach so lohnen. Das ist halt das Geile daran. Das ist halt das Geile daran. Man könnte auch einen Solo ausbilden. Aber dann würden die halt instant first und alle Attacken auf Nanashi machen. Und wäre halt ein bisschen Stier natürlich. Müsste man halt gucken, wie das sich auswirken lässt auf Nanashi. Aber ja. Jetzt machen wir mal die Level 3 AOE. Und gucken, wobei ist es die AOE? Ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Sehen wir natürlich gleich. Wenn es die Dinger, die Delete-Karte ist natürlich auch geil. Okay, das ist auch sehr gut. Das ist auch sehr gut. Weil jetzt haben wir die Scythians getötet. Jetzt wäre es nice, wenn wir noch Dinger an Nanashi-Karten bekommen würden. Geil. Und ein Rank-Up sogar. Und ein Rank-Up. Nice. Jetzt ist geil. Nämlich wir haben jetzt einen weiteren Buff drauf. Und es sollte tatsächlich schon töten. Es ist ein Single-Target. Deswegen soll es tatsächlich schon töten. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Nee, tatsächlich nicht. Okay, der Buff kommt danach. Der Buff kommt danach. Okay, okay, okay. Der Buff kommt danach. Ich dachte, weil wir schon einen Buff haben, kommt er vielleicht davor. Ja, aber es ist relativ easy. Es ist relativ easy. Ich kann euch gleich nochmal die Stats zeigen. Es dauert halt nur ein bisschen lange, wenn ihr kein gutes Card-Energy habt. Ich habe jetzt leider nicht mehr diese Karte bekommen. Komm, jetzt bekomme ich sie die ganze Zeit. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Stats. Welche Stats wir haben. Wenn ich euch zeigen darf, hallo. Danke. 155.000 Attack und die andere Stats sind crazy. Sind crazy. Und jetzt nach dieser Attack hätten wir natürlich noch mehr. Aber die Attack sollte töten. Die Attack sollte töten. Und ihr seht, eigentlich nicht so schwierig. Eigentlich nicht so schwierig. Nur ein bisschen zeitbedingt. Müsst halt gucken. Auch wenn ihr die Card-Energy habt und die ganze Zeit diese Leer-Karten bekommt. Also diese Dinger. Delete-Karten bekommt und Rank-Ups. Wäre natürlich nice. Natürlich wünsche ich für euch, dass ihr Monspeed noch habt. Weil mit Monspeed ist es einfacher, weil ihr es direkt auf der Level 1 habt. Und natürlich darf dieses Team in einem Tower-Video von mir nicht fehlen. Wir haben dieses Team jetzt in jedem Video bis jetzt einmal gespielt. Was richtig funny ist. Es ist sozusagen unser Main Tower-Team. Und ja. Das Gimmick hierbei ist einfach, dass ihr einen guten Demonstellator braucht. Aber das war es noch nicht. Ihr braucht auch Crit-Defense-Gear. Ihr müsstet ein Gear machen, ein Gear-Set machen, also ein Gear-Set machen, ein Gear nehmen. Wo ihr einfach Verteidigung gegen kritische Treffer macht hier drauf. Und ihr könnt auch C nehmen, das juckt nicht. Also wirklich, C reicht komplett. Geht einfach zum PvP-Shop, falls ihr nicht wisst, wo ihr das holen könnt. Geht zum PvP-Shop, kauft euch da für eine Coin so ein C-Verteidigung, äh, wie heißt das? Crit-Defense-Gear. Und dann reicht es schon. Warum C? Warum nicht SCR oder sowas? Weil dann könnt ihr hier rerollen auf Dinger, auf Verteidigung gegen kritische Treffer. Mit Moneten. Wenn ihr es mit Moneten rerollt, ist es natürlich billiger als mit Elmels. Und das wollen wir natürlich nicht mit Elmels, sondern mit Moneten. Deswegen macht es einfach, holt euch C-Gear. Und dass ihr halt ungefähr hier, das zeigt euch hier, dass ihr hier bei Verteidigung gegen kritische Treffer ungefähr 150% habt. Wenn ihr 150% habt, dann reicht es. Ich habe das 200% natürlich. Aber ihr werdet auch 200% wahrscheinlich haben, wenn ihr zwei Sets macht. Mit einem Set reicht es, glaube ich, nicht. Ich habe es ausprobiert. Ihr müsst unbedingt zwei Sets machen. Und sonst, ja, das war das, gehen wir eigentlich schon. Ranked einfach die ganze Million ab und let's go. Und dann zeige ich euch, wie es geht. Ganz einfach, wirklich ganz einfach. Wenn wir jetzt von Anfang an jetzt direkt zwei Rankups bekommen, wäre das natürlich auch sehr geil. Muss man einfach sagen. Natürlich er geht first, können wir nichts dagegen machen. Zwei Rankups bitte. Schade, schade. Und die anderen machen gar kein Damage. Aber unser Meliodas macht sehr viel Damage. Unser Meliodas macht sehr viel Damage. Was ich noch sagen wollte jetzt, das ist wahrscheinlich die letzte Stage, weil das Video zieht sich, glaube ich, jetzt schon ein bisschen was. Um die 10, 15 Minuten, kann es gerade nicht genau sagen. Weil es ist ja gerade, äh, Dinger, Aufnehmerankarten und sowas. Aber ja, auf jeden Fall, hier, letzte Stage für heute, trotzdem auch sehr anspruchsvoll, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Weil wenn man das zum Beispiel nicht weiß mit dem Crypt Defense Gear, dann ist das schon kacke, dann schon kacke. Okay, hier seht ihr mal einen Angriff, 364.000 und 2,3 Millionen. Jetzt gehen wir hier mal auf seinen, äh, auf seinen Dinger. 11, das wurde runter gemacht pro 11, also 12.000 ungefähr. Ich glaube, bei ihm wurde er auch runter gemacht. Nein, okay, bei ihm wurde tatsächlich nicht runter gemacht, dann wurde nur er gekürztet. Okay, jetzt was ihr machen könntet, ihr könntet von Anfang an schon so machen und so machen. Müsst ihr nicht, ihr könnt warten, bis ihr noch mehrere Karten bekommt. Ich mache es jetzt einmal mal, um einfach ein bisschen Damage zu sehen, weil ich gerne Damage sehe. Ihr seht schon mal, er macht in Ordnung viel Schaden. Nicht allzu krass, natürlich, ist klar. Aber es war nice, wenn du schon tötest, Milioras. Ah, schade, okay, alles klar. Ist sehr schade, dass er noch nicht getötet hat. Müsst ihr auch nicht im First Turn, also sage ich euch, wie es ist, müsst ihr nicht im First Turn. Ihr könnt erstmal chillen ein bisschen, ich könnte erstmal chillen. Wir bekommen jetzt sehr viele geile Buffs, wir bekommen jetzt sehr viele geile Buffs. Zeige euch gleich nochmal Dinge, meine Stats. Und wie gesagt, ihr müsst nicht im First Turn killen, das ist gar kein Problem. Ihr habt da gar keinen Stress, ihr habt da gar keinen Stress. Nur wenn ihr halt nicht wisst, was ihr machen müsst, dann ist das schon ein bisschen kacke. Jetzt zeige ich euch nochmal meine Stats. Hier, 387k. Deswegen gehe ich erstmal hier mit der Karte auf ihn und dann auf ihn. Weil dann können wir mit wahren Magie ein bisschen mehr Damage auf ihn machen, müsst ihr euch mal. Und jetzt im Vergleich mit Arthur, Arthur macht gar keinen Schaden. Ah, wenn er es gewesen hätte, es getötet, wenn er es gewesen hätte, es getötet. Schade, schade, Arthur wird es auch nicht schaffen zu töten, save nicht. Save nicht, save nicht, save nicht, save nicht. Jetzt im Vergleich, ihr seht, wie viel Schaden er macht mit der Level 1. Er hat natürlich wahren Magie, aber auch den Buff, den ich euch gezeigt habe. 3k hat er gemacht, 3k. 3k. Da passiert auch nichts krasses. Ihr seht, ihr bekommt gar keinen Schaden. Ist ganz entspannt, ganz entspannt. Einfach nur ein bisschen chillen. Hier, wenn die beiden sterben sollten, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber wenn die beiden sterben sollten, ihr seht, ihr habt diese krassen Buffs. Er kann euch nichts mehr anhaben. Er kann euch wirklich legit nichts mehr anhaben. Einfach rank up. Einfach auf den Top mit der Single Target. Und dann ist es schon gewonnen, dann ist es schon gewonnen. Ich verabschiede mich hierbei schon mal jetzt. Und ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Also dieser kleine Guide. Und schreibt mir in die Kommentare, ob es wirklich euch hilft, diese Guides Film Tower. Ich hoffe wirklich, es hilft euch. Weil es gefällt mir dann auch, wenn es euch hilft. Das war's. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.